Na hallo zusammen, hier ist wieder Rotschela und heute bin ich wieder für euch in Battle for Astros unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Pet Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um das Pet für Millionäre, denn ihr könnt es nur kriegen, wenn ihr zumindest eine Million Gold auf eurem Char habt. Und zwar befinde ich mich heute für euch im Tira Gadesund und zwar dann auf den Koordinaten 52, 31 hier beim Anwesen Nordwins. Und dort gibt es hier oben so ein kleines Hühnerwesen und zwar haben wir das hier, François heißt das. Also sprich hier oben ist dieses Anwesen quasi, da unten ist dieser Turnierplatz, wo ich euch auch schon mal einen kleinen Achievement Guide gezeigt habe. Und wenn ihr zumindest die eine Million Gold im Inventar habt, könnt ihr hier mit diesem Hühnchen sprechen, mit François. Und ich habe mir jetzt gerade mit der Stanzpfeife nochmal ein bisschen Gold zugeschickt, sonst habt ihr kein Dialogfenster, so wie ich hier. Und wenn wir das machen, dann seht ihr, kriegen wir hier so ein Ei und das Ei können wir einmal erlernen. Und ja, damit haben wir ein Pet mehr und jetzt schauen wir mal. Wir können es aber leider nicht irgendwie in den Käfig packen und verkaufen. Also sprich, wenn ihr das Pet haben wollt, solltet ihr vielleicht, wenn dann euch eine Million Gold zusammenfarmen. Oder ihr macht es so, dass ihr quasi zusammenlegt, vielleicht mit der Gilde, alle das Gold zusammenlegt, das einem gibt, er holt sich das Maul und dann gibt er das Gold. Dem nächsten er holt sich wieder das Maul und am Ende teilt das halt wieder auf die Leute auf. Solltet ihr jetzt nicht so viel Gold haben. Das wäre vielleicht eine Alternative und dann kriegt ihr halt dieses schicke, ja ich weiß es nicht. Ich sage jetzt mal, es ist ein Huhn, ja es kann natürlich auch irgendwas anderes sein. Ein ziemlich befedertes Huhn, du siehst halt nicht mal die Augen von dem Ding, vom Wertenfrust wahr. Und das war es eigentlich schon, also mehr ist es nicht, eine Million Gold haben, Typen anquatschen oder Huhn anquatschen und dann haben wir es. Ja, das war es mit dem Video, ich hoffe das Ganze konnte euch ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal, ciao.